hallo meine freunde herzlich willkommen zu einem neuen amina opening wir haben ein paket hier da sind ein paar karten drin ich nehme es mal raus und mache es auf so ich habe das paket auf der war noch mal aufmachen ich freue mich schon auf jeden fall drauf nehmen wir uns mal das erste hier da haben wir magi deutsche putz sesseln wir wollen schon mal mit finaler festung zeige zwei mal sag secret dunkler magia der drachenritter der zustand tut mir leid für die geht einiges hinne ich mal mit raus poetry und secret nice ich dachte das wäre ein rare das ist cool coca dracho i quitana drachenritter und secret aus der tin cool das gefällt mir kokytos chaos großer tonner und noch ein absoluter neupunkt trinity dunkles gesetz anki nebel news blauiger alternativer ultimativer da der geht sogar 3 4 euro das ist interessant ne ich war mit raus nablicht zweimal hochgeschwindigkeitsroyd kendama ultra rare was für ein set war das ist das clash of rebates ich weiß gerade nicht das ist ein guter holen ne ich mir mal aus alexander stardars stardars aus der tin super rare cool das kommt mit raus boershoff der feuerfaust pferdeprinz ja ok nice dann sternschaub chronik funktar super rare special edition promo circuit breakly ich mag hier mit bei trischula und ritter schulern null tracht als barriere also die vier aus dem structure deck freezing change auf der bryonic war der da eigentlich mit drin tegi hyper bibliotheker in secretware aus der legend a collection 5d ist er kommt safe mit raus ich dachte dass er gekonzt wird drachen kultus niederseelen drachen genau dann rothrafen erz unter welt aus der team hot red 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 dragon archie also ich wusste dass ich den krieg aber dass der ultra ist das wusste ich nicht das finde ich interessant finde ich gerade mal mit raus muss ich mal gucken rota nova daraus der tin finde ich auch wohl hatte ich noch nicht schlammiger schlammdruck schalte ich dachte bis die op hat mag ich eine immigration das sei jetzt wissen wo solos legendary duel ist tolles schicksal aus world superstars das finde ich persönlich cool staubsturm schlimmes disaster in platinum rare aufschwundener wind punkterung ganze warnung platnam warum nicht stern schaub blitz promo legendary collection 5d cool ich mache hier mit bei dieser virus und secret aus der tin schwerer staubschirm die menschens barriere rivalität warum nicht heißt halt die boot und noch zweimal dimensions barriere dann guckt der trick halt speed duel ultra ich weiß jetzt nicht ob das ein promo ist dunkler markia dunkler markia dunkler markia dunkler markia dunkler markia nice wir haben paar dark magicians noch mehr ein bluer ist aus der legendary collection kyber ist cool ähm ja lc bluer ist aus dem mobile pack noch einer außerbildner illusions markia in zweimal polarshofter feuerfaust feuerfaust lumina stern schaub sache angriffsmodus ultra rare nice ich hatte den wollen zu packen cool jubusso mana inkarnation weiners unterweltler rainbow und drache sind kaputt ultimativ leiter tyrano finsterer simorg tenpro ne ich mache hier mit bei pt pt rano dawn noch ein ultimativ leiter ich habe das magia photon lindwurm die ich mache hier mit bei premium collection irgendwas ah ist ein generator ok hier rv die mode asila pisco raging battle ultradio ja leider aber ich mag die erd gebundenen gladiator und vesparius sind ultra rare nice das müsste wie promo sein nehme ich mal da dynamo xodion endlos kette dunkelster diabolos bts jet synchron bofo die sind band noch ein start noch ein start irgendein elementar herrscht style drache rettungsrädchen 3 mal der schildkröte kumpelsammler simorg ritter knappe cyber drache herz super rare hohen oder die geht einiges sciegemeister ist nett so ist glaube ich mein zweite tag jetzt did gohran parsha aufrichtiger neos solo standhafter soldat 4x ultra rare, nice, ich dachte das wären Rares. Schattennebel, 3x super rare auch, cool. Dann haben wir ein Obelisk, Obelmann, eine Tape, Celestial Pancreotops, dann eine Biro, Aschblosse, mei. Ist sie echt? Ich leg die Karte mal mit raus. Ja, das ist gut. Falls irgendwer kennt, ob die echt ist oder nicht. Also falls sie nicht echt ist, mal in die Kommentare. Ich kann das gerade irgendwie nicht kennen. Sieht so komisch aus. Gut, die kann man auch noch nicht lernen. Bigfoot, nice und Heiliger Phoenix. Dann geht es weiter. Donner Drachen Du, nochmal Phoenix. Donner Drache aus der Legendary Collection. Dann Super Ray, King of the Swamp, pandemischer Drache. Block Drache zweimal, der ist auch verboten. Äh, nochmal Du. Drache Neid, Todeswache, Gold Rare. Eine Endloskette, Drache Neid, Waffe, noch eine Endloskette, nur eine. Laval-Urteilsherrscher. Ich dachte, das wäre ein Monarch. Playdage, Voltec, Neuron-Connector. Heat, noch eine Exodia. Rosenfreundin. Secret Slayers, glaube ich. Gladiator und Royal Aquari. Zweimal ein Secretry aus dem Radio, so ein Mega-Pack. Adler bei den Bränden und Eier. Knister, der Retro-Haus Bosch. Yorah Gedo. Was für ein Set ist das? Äh, das müsste aber aus dem Dual-Aspec-Dat sein. Also, die andere ist super rare. Muss ich nicht. Äh, Photon Cerberus. Täuschungsrat, das zu Bruce Solo. Extreme Victory. Nice. Beta aus High-Speed Riders, Bruce Solo. Duothereons, ein Booster-Holo. Dann Nebetai Gold-Atma. Magi-Deutsche, Magi-Lin. Flügel-Tatrack von Rakubi-Modus. Nice. Suchinoko, cool. Äh, Fake-Hand, Hundemann, warum nicht? Äh, Moment. So, ich hab grad mal ein bisschen Platz gemacht. Mach-Pinguin. Dunkles Magi-Mädchen ist Secret, warum nicht? Die Wurzel ist bösen, das ist Tin-Provo, cool. Dynotherium, ah ja. Äh, Heune losgekehrt. Ist ein Booster-Holo, tatsächlich. Nice. Into the Void. Glänzender Zug. Wind über der Reichsbarriere. Doppelte Emissionspille. Na, ich leg die beiden mal mit raus. Gute Karten, glaub ich. Goldsakophag. Aufziehfabrik, das ist auch ne Booster. So, ich seh jetzt Änderungstaktik, zweimal. Sündenbock. Okay, das ist ne andere Sprache. Fusions-Schicksal-Tabit-oder-nichts. Buch des Gesetzes-Secret-Ware. Bruder, ich dachte so was. Alles klar. Leg ich mal mit raus. Keine Ahnung, ob die gut ist. Zweimal Sturmkraft. Dunkler Magischer Schneier. Zweimal. Band zwischen Lehrer und Schüler. Chaos-Zepterstoß. Dunkle Brennende Magie. Die ist glaub ich auch was. Zweiter mit nem Zwillingsfester. In Secret-Ware. Wunder-Fusion. E. Eiliger Notruf. Baum mit raus. Gute Karte. Wunder-Fusion. Wunder-Fusion. H. R. Wiedergeburten. Secret-Ware. Top-Deck-Gear ist verboten. Den Delf gegen jeden Vampir. Schicksal-Zinn ist gut. Lebe-Massenwechsel. Helden-Maske. Fortgeschrittene Ritual-Kund mit... E. Angriff von CD-Massch Silber. Und die Töne meine... Schicksal-Zinn ist... E. Angriff. H. Schicksal-Zinn ist infrage. 1-Masch, 2-Masch-Troß. 1-Masch, 3-Masch-Troß. und der verdammten super rare, ausleger erweiterung, fusionstor, offspituell, seriengesang, das ist ein buch solo, unermüdlicher boxgeist, sparkpistole, der j collection, sehnlas, desband, magiebuch des wissens, oh wir sind noch nicht, wo hier ist so viel krasses zeug, es kommt noch krasses, ne cross, maus, tolle wunder, donald transfusion, herold, ovenchant, reddorf, 5 kaffee an linken tache, exiled, infernal, devicer, den hab ich noch gar nicht, wonder driver, lp, spend, ähm, nächsten tustung, gohiard, amon, super rare, fayven, schwecken, hangar, neptis, galschleim, herzesrotz, in secret rare, ah se, well aus, schwarzknösser, soldaten, ultraria, ja, nehm ich mir auch mit aus, äh, herold der vollkommenheit, hatte ich auch noch gar nicht, neo galaxierung, seffatran, ultraria, außen du is back, ok, probinia, endlos kette, bruderschaft der feuerfaust, tigerkönig, subaba generalen ultra rare, war of the giants, hier, big guy, magi deutschstück, königin, tiramisu, zweimal in godrea, so, noch die paar, und dann kommt's richtig krasse, neos, neos, avian, und dunkler magia, jetzt kommen die richtigen, schön so, neos, jetzt kommt's zum schluss, neos, da haben wir zum einen, ein nr 20 giga brillant, in ulti make rare, dann ein gagaga magia, in ulti, dann gagaga blitz, in ulti, sternzeichenkodler omega, in ulti, neosha elf mahera, in ulti, singe des feuers, in ulti, dann ein blue eyes, in ulti, dann ringte zerstörung, in ulti, erdgebundener und sterblicher kapaboo, kapaboo, in ulti made, und dann zum schluss, obelis der peiniger, in goldware, aus dem movipack, ja, also, ich bin bedient, also, ich kann gar nicht mehr kennen, jetzt gerade mal, alter, ich kann hier, also, hier mal, hier, unsere ec karten, haben ein paar verbotene karten uns mitgenommen, war eine op-karte dabei, menge booster holos, vor einigen, ja, ja, auch nicht aufs bussen, nur sind, ein paar promos auch, und ja, das hier, absolutes highlight, ja, wie viel waren es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, warte, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ultis in einem tausch, und der obelis auch, also, ich bin zufrieden, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gar nicht, like, kommentare, äh, ja, nochmal, äh, falls es nicht echt ist, bitte mir helfen in den Kommentaren, ich kann das gerade irgendwie schlecht einschätzen, bei der, aber kann halt sein, dass, weil ich den Kamen noch nie gesehen hatte, ja, also in der Hand, deswegen kein, ich hoffe es hat euch gefallen, bis dahin, haus rein, und, ciao, und, boin, actually, coeur, bis dahin! lite,